Der 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 und noch schon mal wieder auf ja und er schießt weg mit volle weg mit dem ganz die machen wir eigentlich mein warum sind die denn ja ich habe eigentlich nur in der das ist ein gefeiert zu werden das ist eben noch nicht ich gucke ob ich das den ganz vorsichtig beibringen kann von wegen keine daseins berechtigung hier so machen wir das so hast du jetzt verstanden keine daseins außer abkommen rennen schade wow jerry von new basher bist du irgendjemandem nachgedreut? nö einfach zu wendem rein geil ich weiß ja was soll ja was haben also wenn dann müsste ich ja hier der new basher sein ich bin nämlich viel der wie über dir ja eben aber egal ne was haben die denn so für ranks ja die haben auch fast dieselben ranks wie du bist vielleicht dann ein insider wie über den ja eben ja eben ähm nicht ganz so trotzdem scheiß Volleyball ich hasse den Sportart Volleyball übrigens seit jetzt hasse ich sie ne also jetzt einfach mal so hey Volleyball du stirbst jetzt mit Ansage pass auf mit Ansage oder Volleyball und tschüss Volleyball kommst du wieder raus? ja da kommst du raus da ist der tot das ging doch echt schnell da 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 ok ja ich habe ja mal wieder meinen äh ja normalen weil es soll mittlerweile da ja mit dem Spiel zu letzter Zeit recht oft ich äh bin mit meinem Messerkommando unterwegs also ich wechsle irgendwie die ganze Zeit zwischen Doppelsniper und Piratpistole und Messer hin und her hab schon lange nicht mehr getroop trappt ah ja richtig ja weil ich einfach mit dieser Kombination so übel viel Schaden rein drücke ja klar ja ich bin jetzt halt grad mit dem Superdacher und der ähm normalen Handcannon drin also hast du für den auch die äh Superhandcannon? ich hab für den auch die Superhandcannon ja warum nimmst du nicht die mit? ja wegen Aussehen halt einfach ähm ich hab mal so designt dass es halt ein bisschen logisch ist also nicht irgendwie äh da so ein Western-Cold dabei hat ah ok insofern ich machs einfach nur aus Fun ich mein ich kann jetzt auch mit M16 und äh fast lieber rumlaufen ähm das ist der Problem für die Connection ja wenn wir grad ja wenn wir grad ja haben wir grad aufgekackt oder was so hier ganz kurz ich bin noch mehr oder weniger drin seh dich da auch noch stehen und jetzt bin ich draußen jetzt bin ich auch draußen ja ähm ich mach die Aufnahme wieder an wenn wir wieder im Game sind so da also ja hier wieder an und auch Helden gewechselt ich glaub den hab ich BAM IHG Jerich hat den Erstschlag erzielt naja pass auf schießt richtig selber BAM ich bin erfüllt Fahrzeugfokus 2 ja also wie gesagt den Helden die hab ich bisher doch nicht gezeigt ist nein weil er failed ist nein ich fail mit ihm gar nicht war mit ihm am Wettfluss drin das ist ganz gut gelaufen äh eben mein Royal Gunner mit Namen Haunter also eigentlich Hunter aber ich hab's falsch geschrieben weil irgendwie Hunter schon besetzt war und da hab ich ihn einfach Haunter genannt Ach Manno der ist abgesprochen genau so kill ich wollen jetzt gar nicht komm her raus ich denke mal der ach lol 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 haben wir auch mal gesagt ja lol heute auch schon heute schon gelollt ja halt lol so äh und wenn ich hier das vollredig angenommen hab dann werde ich mich mal an die äh flag bequemen ja mach euch ich schieße irgendwo auf die Jeeps weil ich finde keinen Gegner äh ah da haben wir ja einen THC Fnatic da war einer auf dem Vögel drauf ist dann weg ja der ist soll ich mal schauen ob ich ob der hier in der Nähe vomhängt ja ähm ich halt jetzt mit meinem einem meiner Weile dann na einer selbstmord gemacht im Flugzeug ja ich hol mir grad mein neues Flugzeug aufschrögen was fliegt da los ist mir ein bisschen sehr schade ob der richtige quer PSG oh wie groß ist dran k Beautiful. Ja, freu dich wieder. Der heilt sich stattdessen. Ja, doch. Ich mag das wirklich, ja. Wenn man damit klarkommt... Wenn man damit klarkommt, dann... Top gewinnen, ne? Ja. Wenn man zum Beispiel gerade einen Flak-Hunter macht, oder wie auch immer das Ding heißt. Oh, ja. Wenn du den gerade machen musst, dann ist das gut. Komm, Pico! Hallo mein 50! Und stirb! Ey, was hält denn das Typ aus? Komm, Pico! Ja, schlag dich mit dem Klapp! Oh, schul du Idiot! Hinter dir. Oh. Ja, ich war gerade bei meinem Emote. Ich dachte, da war ein Feiner. Ja, ja, genau. Klappstühle. Klappstühle machen hier auch super viel Schaden. Boah, das schlimmste Ding, ey. Und jetzt zerstört hier auch noch den Panzer vom Gegner. Oh, Spillchen. Panzer vom Gegner immer stehen lassen wir die Low HP haben und im Base von einem selber drin stehen. Ja, das macht eigentlich mehr Sinn als sie zu zerstören, weil wenn ihr sie zerstört, dann spawn die im gegnerischen Base wieder. Wenn ihr sie nicht zerstört, könnte es ja sein, dass ihr den Gegner reinsetzt und ihr das dann kaputt machen könnt. Ja, oder man verweigert denen halt einfach komplett den Spawn von dem Ding. Ja, oder so. Es geht eigentlich bald. Genau. Der geht das Auto breiten, schmeißt Wrenches an und geht dann sofort wieder raus. So, ey, jetzt bin ich ja bis jetzt in einem Flugzeug gesessen. Jetzt zeig ich euch mal, was ich hier auf dem Boden kann. Boah, ey, jetzt bin ich bei uns auf den Türmen drauf. Okay. Nein! Alter! Fick dich! Du scheiß... Lootie Finne! Du scheiß Finne hier! Wo, 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 wo! Hä, von wo, ey, behinderten! Hallo, Commando! Ja, gut, dass du mich noch zurückkommst, ne? Ach, gar nicht Freeloader! Nein, das sieht nur so aus! Bevor er fragt. Ja, die hat aber so ein Outfit an. Ja, ne? Hat ja auch nur 3.000 Pack gekostet und die konnte sich ja gerade eben holen. Oder... Befacht gerade eben. So. Vor ein paar Teile geschehen halt. Genau. Klopp! 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 Komm her! Klopp! Wie super genau das Teil ist! Ich liebe es! So, jetzt haben wir immerhin die Base. Schuffeld gehört uns. Okay, dann... Mal dahin weiter. Hallo! Und... Dann machen wir die erstmal da fertig. So, hier ist es ganz wichtig, erst in den Panzer reinzustellen und dann anfangen, sie reinzunehmen. Sonst, wir spawnen hier und... Warte, du kannst mal in den Panzer rein... Jetzt kannst du rein. Komm, geh rein! Steig ein! Steig ein! Steig ein! Weil eigentlich soll der Gun nach oben rein? Ja, okay, oder? Steig ein. Ja... Läuft doch gar nicht. Was denn haben die denn momentan? Ich denke mal... Vorher fragt, was dieses knuschende Geräusch da ist. Das ist gerade das Mauskabel, das über die Retox-Words schafft. Willst du auch hier rein? Ja, du willst ja auch rein. Gut. Ähm, dann fahr mal die schnelle Route hier. Wird auch gerne übersehen. Was man hier unten am Strand anfangen kann. Ach, ich seh, dass die auf dem Turm draufstehen. Das ist so sehr schön, mein Freund. That's wonderful, my friend. I tell you something. I kill you. I kill you! Also der auf dem, wenn du drauf zufährst, linken Turm hat übel down. Stopp, Jörg! Ich bin natürlich bei denen am Base und Grimms ging ein. Ja, den hab ich selbst noch da angekommen. No spawn kill, no base wipe, ja. Mach es nicht, es ist eigentlich ein Alpake. Aber der war mir dafür schon vorher viel zu lange, als dass der schon gelten lassen würde. Dumm. Versuchst du nicht, nicht zu killen oder was? Nein, versuchst du nicht, denn ich hab dich gekillt. Wo sind die ganzen Typen alle hin? Ich sehe keine Killer. Ich auch nicht, die sind nur so nicht wie in ihrer Base alle gestornt und ich weiß, spontan vermuten, aber das spontane Vermuten ist bei allen so ne Sache. Was ist unser Platz? Ähm, ich würd mal ganz vorn sagen, äh... Ups. Jaaa. Ne, genau. Kommt es? Immer doch. Ähm, wo sind die Gegner eigentlich jetzt hin? Ich find keinen mehr. Da hätten wir einen. So, kommen wir hoch. Die, äh, fahren auch klar gerade auf, ähm, Fingerstool, äh, Flugfels. Ja, okay, ich hab hier gerade einen im Wasser drin. Jaaa, bevor alle rumschreien, Waterkill selber schuld, wenn du überm Wasser ausspringst. Alter, und da war ich selber schuld, ich hab das in dem Jeep noch gehört. Loll. Ich hätt' ich aber trotzdem gar mal, ähm, Bandagen-Ding. Kommt, alle stirbt. Was ist sowas denn? Wie viel will ich? Perfekt. Perfekt. Äh... Der andere ist auch noch an Wasser, oder? Der andere ist auch noch an Wasser, oder? Dann einmal... Ne, mach mal so. Jetzt warum? Das war kein Waterkill, er hat auf mich geschossen. Hast du geschossen, Junge? Der hat auf mich geschossen. Ich wüsste mich, während das war not fair. Er hat so viel. Schade, fast erwischt, aber egal, dann nehme ich halt den Panzer. Ähm, kommt die da nicht zu klar? Was meinst du mit da hinten? Ja, beim Airfield. Bis jetzt bin da nur ich und ja, ich bin klar, danke für die Nachfrage. Sehr gut. Ah, da oben ist einer. Okay, danke Junge. Egal wer das war, dann kann ich jetzt nicht mehr drauf sein. Der versucht mich ernsthaft zu messern, also der versucht meinen Panzer zu messern. Er hat sogar einen Schadenspunkt gemacht. Ich sag's doch, du kannst einen Panzer mit dem Messer killen. Ja, aber das geht jetzt mit dem T. Ja, trotzdem, aber das ist gut. Der zweite Roadkill. Kann Pfeffer da einen killen, der da ist? Würde ich gerne, aber ich bin gerade... Äh, ne, ne, ich spreche eigentlich gerade so ein bisschen mit meinem Kollegen hier, der neben der Flach steht. Der kann sich auch mal bewegen und dahin gehen. Ach, das ist mein Kumpel, der wallert. Ja, dann haben wir gewonnen. Ja, war nicht schlecht, würde ich sagen. War nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, war nicht schlecht, aber ich denke, ich bin die Aufnahme hier. Ja, aber wir machen schon Leute. Ja, wir machen schon Leute. Genau. Wir machen mal Leute. Tschüsschen, Tschüsschen. 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 Vielen Dank.